Es ist jetzt schwierig ohne Pferd auszuweichen. Ja, renn einfach, renn einfach, renn, geh auf Nobu, renn, geh auf Nobu, auch gute Taktik. Da liegen sie schon, ich liebe es. Tuk Tuk und das ist Nobu, chillig. Ich liebe das, wenn ich zu einer Gnade hinkomme, da liegen einfach schon zwei Zeichen. Perfekt. Ist da ein Invader? Ja. Geil. Ich muss weg, ich muss weg. Er habe mich erwischt, aber das ist kein Problem, ich habe 40 von den Bullies. Das kann ich den ganzen Tag. Geile Attacke, Tuk Tuk. Mehr davon. Ah, trustful Niklas, Digga. Sei ein Mann und kämpf. Nein, der geht zu den Händen. Invaden macht doch, ah, ich hasse das mit dem Invaden in Souls-Games. Ich weiß, ihr mögt das, aber ich mag das gar nicht. Es nervt mich einfach nur über, ach, da macht der so einen Scheiß. Hm, was ist das denn für eine Taktik auch? Einfach nur diese Scheiße. Ah, Mann. Macht ich das nicht so an Nobu? Hm? Drenn einfach weg und mach diesen Drachenscheiß. Boah, Alter, diese Hände stinken. Oh, guck mal, und dann dieses Ausweichen, das ist viel zu stark. Ach, ich habe da keinen Bock drauf. Oh Mann, ey, der geht mir um den Sack. Scheiß Invader, ich hasse es. Da oben ist er, oben auf der Brücke. Ja, er schießt nicht mit Schlangenpfeilen. Hä? Ich habe mich voll getroffen. Hast du runtergefallen? Nee. Wie ich Falle gelegt. Er hat dort Items hingelegt und wenn du die aufheben möchtest, schießt er mit der Ballist in den Rücken, du fällst runter und bist tot. Krass. Ich glaube, hier vorne ist er, hier ist er lang gelaufen. Ja, ich sehe ihn da hinten. Der versucht sich da runter zu kicken mit seinen Wucht oder so. Naja, gehen wir halt zum Boss, ne? Ja. Ah, bleib da stehen! Und wehe, du bewegst dich! Ey, ist unglaublich, wie oft Skoppel mich schon getötet hat. Mit Hände weg? Ja, überhaupt. Bei Folge ist auch direkt... Ich quatsch dann eben mit Rani und dann treffen wir uns alle bei Ranella am... am Dingsbums. Da brauchen wir auch auf jeden Fall einen Invader. Ah, wir haben schon eine Invasion. So ein Scheiß. Shad Thundercog. Ach guck mal, da ist er aber direkt. Hallo! Das geht! Oh! Oh! Da hat der Shad Thundercog aber... nicht viel gerissen. Laufen konnte er. Ja, ich bin ihm auch voll hinterher gerannt, wie ein Irrer. Was passiert da? Was passiert hier? Will dabei sein! Trockne Zauberleber. Hä? Die kommen da oben hin. Hä? Wie bist du da hingekommen? Aha! 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 Oh! 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 Ich brauche zwei neue Timmys. Oh! Wie kommt man da hin? Da will ich auch hin. Das will ich haben. Nobu? Wie komme ich da hin? Da will ich hin. Wie geht es? Wie geht es? Wie geht es? Wie geht es? Schimmerstein-Krone aus Oliven. Ist ungelogen das erste Mal, dass ich diese finde. Zweisheit auf Kosten der LP. Um drei. Natürlich. Ich will den letzten Schlag machen. Ja, letzter Schlag gemacht. Wer den letzten Schlag macht, der hat auch den meisten Schaden gemacht. Ihr habt alle gewettet, ne? Ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. Du gibst dein Bestes. Ich weiß gar nicht, was ich gewettet habe. Es gab ne Wette. Ich hoffe, da warst du weg. Ach, getroffen. Oh, fast. Ja, also null wird es auf jeden Fall schon mal nicht. Zweimal. Zweimal Sinn schon. Aber vielleicht bleibe ich unter fünf. In der zweiten Phase werde ich eigentlich nie getroffen. Hat hier niemand Blutung? Ja. Ich habe Eis. Oh, dreimal. Ich hatte Blutung. Mann, nicht gestorben wir im ersten Mal. Das ist echt fies. Oh Gott, da kommt ne Kerze runter. Hä? Hä? Ah, da. Ich dachte gerade schon, wo ist die? Die gerade auch nicht. Vier. Vier. Vier Mal. Eigentlich hätte ich jetzt warten müssen. Dass du am Meer getroffen wurdest. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe auf fünf oder mehr gesetzt. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, der Brunnen ist da. Dann können wir am besten von hier aus da durch, oder? Flamme, heile mich. Ich bin ein richtiger Feuerleger. Ein Pyromane. Ich muss sagen, heute hat es echt viel besser geklappt mit den Leuten rufen und so. Wenig Zeit, wo man nur gewartet hat und so. Es hat heute sehr, sehr, sehr gut funktioniert bisher. Und wir hatten nicht so viele Abbrüche. Ja, stimmt. Ich denke, wie oft ich beim letzten Mal rausgeflogen bin. Ja. Wenn er die House Vulcan Quest richtig macht, dann kriegt er diesen Talisman, der dafür sorgt, dass man 50% mehr Schaden kriegt. Das wäre doch was. Nee. Jetzt ist der beste Talisman im Spiel. Den muss man haben. Ja. Einfach mal 50% mehr Schaden nehmen. Ich meine, wir sehen wie das nicht. Ups. Ups. Großer Gegner hat zu Fall gebracht. Boah, 3000 Drohnen. Alter, Falter. Geil, das lohnt sich. Leute, wir gehen jetzt zu Radar. Habt ihr Bock? Auf jeden Fall. Wir treffen uns. Das wird lustig. Bei Radar am Teleporter. Aha. Oha, direkt drei Stück. Wen nehmen wir denn? Ene, mene, mene, miste. Es rappelt in der Kiste. Ene, mene, meck. Und du bist weg. Jetzt darf ich gar kein Pferdchen rufen. Das wird da witzig. Ach guck mal, ich kann trotzdem NPCs rufen. Tu es. Würde ich sagen, nee, ohne NPCs, oder? Back 490, danke für deinen Twitch Prime. Vielen, vielen Dank. Du brauchst jetzt echt noch NPCs? Das wird anstummt genug. Ja, wenn's geht, mach ich das. Ich bin so im Ausreichmodus. Ich hab Ultra Instinct aktiviert. Bam. Wieder ausgewichen. Dann kann mich gar nicht treffen. Boah, Flammer schlag auch fast gar keine FP. Geil. Voll Spam. Da musst du mal einen schweren Angriff annehmen. Es ist jetzt schwierig, ohne Pferd auszuweichen. Okay, verteilen. Ja, renn einfach. Renn einfach. Renn. Geh auf Novo. Renn. Geh auf Novo, auch gute Taktik. Ah, bleib da stehen. Und wehe, du bewegst dich. Ach, Skoppel, das war aber auch schon mal besser, deine Hände weg. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht, Skoppel. War doch chillig. War doch easy. Weiß gar nicht, was ihr habt. War doch einfach. Äh, Leute, falls ihr euch fragen, wo wir uns treffen, wir treffen uns bei den Gargoyles. Bei den Gargoyles treffen wir uns. Oder, ne, wollt ihr Mimic mitmachen? Mimic ist eigentlich langweilig, oder? Oh, guck mal, hier habe ich auch einen Clown-Zeichensiegel. Wieso kannst du das nochmal benutzen? Der zieht mir halt gar nichts ab, ne? Der Kampf wird Minuten gehen. Das kannst du gar nicht klippen. Und was habt ihr die nächsten 15 Minuten vor? Der wird mich nie töten. Guck mal. Ah. Habe ich irgendwas, womit ich mich töten kann? Ich bin immer noch über Half-Life. Guck mal, wie verblutet ich bin. Guck mal, wie krass ich blute. Das ist ja barbarisch. Was ich denke habe, dass man keinen Karten aufgelosen kann, und dann sowas Lustiges gemacht hat. Ja, dafür kriegst du eine Belohnung. Einen Timeout kannst du haben, wenn du willst. Willst du einen Timeout? Wenn die wach ist, schläft der Bruder. Aha. Boah, wisst ihr das? Woher wollt ihr das wissen? Haben die euch das gesagt? I doubt it. Bam! Ich habe was gelernt. Komm, eine Feuerwaffe will dich angreifen. Feuer! Feuer auf ihn! Feuer! Aua. Oh, Gift, aufpassen. Aua, bleib da stehen! Und wehe, du bewegst dich! Aha. Leute, ihr müsst Feuer machen. Feuer auf ihn. Feuer auf ihn. Bam! Einen habe ich getötet. Alter, das Gift ist überall. Das macht gar keinen Sinn. Und bam. Oh, ich muss mein Feuer wieder rausholen. Hey, woran bin ich gestorben? An der Vergiftung. So, rein in die Olga. Bam! Komm. Weg mit denen. War doch einfach. Einfach war das. Ah, den Hirsch, den Hirsch. Fixier hat recht. Den Hirsch habe ich ja komplett vergessen. Wieder komplett vergessen. Wald, der Ahn. Wald, der Ahn, den ich nicht habe. Wie findet ihr das? Wald, der Ahn, treffen wir uns. Hm, sind beide da? Sehr schön. Tschüss. Tschüss. Königlicher Ahngeist. So direkt verbrannt. Der ist weg. Möglichst müsste der jetzt wieder irgendwo auftauchen. Er hat Angst. Oh, der fällt gerade durch den Fußboden. Ja, er ist durch den Fußboden gefallen. Hä? Wie random. Geil.